Was wird interessanter sein, als Rava beim Bau der Mondmauer zuzusehen? Der Mondmauer ist jetzt fertig. Ich mach ja auch nix, wirklich. Wow, ein Riesenbaum. Ich glaub, wir sollten hier mal ein Dach drüber ziehen, damit nicht so Riesenbäume wachsen. Ja, noch mal Wanni. Ach, da ist er. Hier, hallo. Die wälde ich doch schnell ab mit der Diamond. Ja, reicht doch. Ach, ich hab ihm mal so ein Loch reingemacht jetzt damit auch, damit du siehst, wo ich bin. Brauch mal jemand, der nebenbei herläuft und einfach mal einsammelt. Ich komm schon mal hierher. Was hast du da? Kreuz und quer fliegen. Ach so, sollte der nicht raus? Keine Ahnung, von mir aus kannst du das angeraden, wenn du willst. Ich hab das jetzt einfach nur mal so gemacht. Willst du bei Nacht hier draußen sein? Ja. Ist doch alles ausgeleuchtet, oder? Ach nein, du bist ja ganz draußen. Ja. Oh ja, läuft. Ja, wir brauchen irgend so ein komisches Ding zum Schlafen. Ne? Ne, noch irgendwas. Man kann jetzt neuerdings so nicht mehr schlafen. Schlafen bringt dir auf den Mond nichts. Doch. Nein, theoretisch würde das was bringen. Im normalen Bett nicht, nein. Gibt's ein extra Bett dafür, aber dafür musst du vorher auf den Mars. Ne, weil wenn du in einem normalen Bett schläfst, sagt er, du brauchst irgendein Oxy, keine Ahnung was. Ähm, wenn du ein Bett legst, du wachst irgendwann auf und ist immer noch Nacht. Genau. Du kannst dich 20, 30 mal ins Bett legen, passiert nix. Da gibt's ein extra, wie gesagt, da gibt's ein extra Bett dafür. Voll unlogisch, aber egal. Ja. Will ich wirklich nach Dungeons suchen? Ey, schlägt mir gerade vor, ich könnte ja mal nach Moon Dungeons gucken. Ich hab schon keine gefunden. Da, Wanni. Wanni, hier wachsen gar keine Bäume. Ja, ich weiß. Wenn da einer wächst, ist er so schneller weg, als er gucken kann. Hier ist noch dunkel. Da hinten, Wanni, ein Baum gewachsen. Wanni, es ist ein Baum gewachsen. SOS, Wanni. Machen wir kurz ne Axt oder so. Meine kriegst du nicht. Meine auch nicht. Ach. So kaputt. Warum machen wir eigentlich ein Display, wenn wir unsere Sachen gar nicht mehr wieder kriegen? Hä? Ich hab meine Sachen selber gebaut. Aus unserem Material. Ohne uns wärt ihr nix! Ah! Ich hab zwei Sexfackeln. Ja, gerne. Was hast du? Einer Tank ist fast leer, aber irgendwie atme ich nicht schneller. Ich muss mehr rennen. Und ein bisschen springen. Oder andere Sachen machen. Ja, Bäume fällen zum Beispiel. Ja, ich hau... Uh, das geht auch. ...einen Stein hier mit der Hand weg. Ich fang jetzt nichts neues mehr an. Ich renne nur noch hier um. Wie viel von den Meteorumsagen? Immer um die Bäume rum. Das kann man... Reicht. Anzahl. Also 300 reichen für den Anfang. Okay. So, wieso kriegt der jetzt hier keinen Strom? Ich brauche ne Axt. Hm... Fall da nicht runter. Unser Star echt jetzt mittlerweile mal leer? Nö. Haben wir keine Knochen mehr, Wanni? Doch, aber ich will nicht mehr benutzen. Achso. Wenn ich schon wieder alles rumfliege... Kannst du dein Zeug mal wegräumen? Ist ja wohl... Wie viel Holz hast du denn? Gib mir mal mal. Zwei Stacks oder so. Sieben... Ich hab grad sieben Stacks. Acht. Acht Stacks. Tschüss. Tschüss. Also Sauerstoffproblem sollten wir glaube ich nicht mehr haben. Nee, mehr kann ich nicht aufsammeln. Ja, danke, ja. Bunny? Gross. Einfach die Bunny Nina? Ja, anbietend. Wo denn? Äh, außerhalb? Auch ne Axt. Ne Axt? Ähm, weil guck mal auf die Uhr, Abe. Deswegen. Was denn? Hat er gefragt, warum ich nix neues mehr anfangen, oder was? Ja. Bau ein Skelettes in der Mobfarm hier unten. Wow. Hat es sich ja voll gelohnt. Puh, wo sind jetzt die Warriors hin, die hier mal drinnen lagen? Weg. Oh nein! Wo sind sie hin? Weg. Einfach weg. Sie haben sich in Luft aufgelassen. Mach ich dann in zwei Wochen, wenn ich dann wieder dabei bin. Wenn ich dann wieder dabei sein soll. Ich war ungefähr vor einer Stunde hier in den Ofen Holz reingedickt, wo das immer noch nicht durchgebracht ist, weil immer alle Leute irgendwas davor reinschmeißen. Das Holz war... Oh nein, ich komme ja nicht mehr runter. Das Holz war fertig? Du musst... Ich störe. Wo hast du dann die Chacoal hingeräumt? Hier entlang. Ich bin nach draußen. Jetzt ist das Story auch weg. Ja? Wo bist du? Im Keller, warum? Ich setze Öl an die Raffinerie. Von oben, ne? Was gibt's denn? Was willst du denn? Nichts, ich will nur mein Zeug hier hinschmeißen. Aber nicht hier, da ist nämlich was, was, was alles einsorgt. Wo? Ah, da. Wo hast du denn, äh, wo hast du denn die Chacoal hingetan, Sturi? Äh, aber ich hab neue Holzmuller. Ich sterbe! Oder ich hab, ne, ich schatz doch nur an die Leiter. Oder auch nicht. Du schiebst auch nicht, wenn du runterfällst. Ich hab übrigens ein Kanister auf Null. Ja, dann hol dir neun. Ich mein, wir brauchen noch einen oder wir brauchen keinen mehr hier, der Taube. Wir sind genug da. Taube? Ja, was? Null, Kanister? Ähm, hier ist grad ein Creeper oben explodiert, Achtung. Ähm, hab ich, hab ich schon, äh, eingefügt. Hab ich jetzt die... Ich brauch ganz viel Mund. Ich hab grad ne Refinerie gefunden und ein Kabel. Ja! Da geht oben rum. Weil das Problem ist, da oben ist ein Riesenloch drin und weil da grad ein Creeper explodiert ist, warum auch immer. Ich brauch mal ganz viel, äh, ganz viel Mondstein. Wie gesagt, zu ganz. Da ist ein Riesenloch drin. Äh, oben mit einer Bronze Chest kannst du rausholen. Und, äh, unten meine ich. Oben. Ja, oben haben wir ja keine. Gut, dass wir nur eine Bronze Chest haben, ne? Wo ist ein Loch drin? Oben mit deiner Mod-Farm. Oh, was hast du denn da gemacht? Wieso hast du die kaputt gemacht? Ich hab die nicht kaputt gemacht. Da bedank dich bei dem Creeper, warum auch immer der explodiert ist. Weil er dich gesehen hat, wahrscheinlich. Wie soll er mich gesehen haben durch die Wand? Da fand ich explosiv. Dann mach ich die Refinerie das nächste Mal nochmal. Da ist ein Loch drin gewesen, Achtung. Weil ich meine kaputt gemacht hab, oder ist die jetzt irgendwo oben gelandet? Wo ist mein Charcoal hin? Du bist wieder allein, allein. Allein, allein! Wir sind so viel, dass irgendwie immer was am Verschwinden ist. Ich hab auch noch eine Refinerie und einen Aluminium-Beyer hier. Eine Refinerie. Ja, wir haben gerade die Besucher. Eine Refinerie. Eine Refinerie. Eine Refinerie. Eine Refinerie. Keine Ahnung, wen die gehört. Mir egal, weg damit. So. Uri hat sogar gesagt, dass sie die braucht. Ist hier unten in der Kiste. Vor dem Feld links in der kleinen Kiste. Okay. How to? Wo? Ich mach hier alles kaputt. Es hagelt gerade. Gannibus, schon wieder durch die Gegend. Das stimmt gar nicht. Ja, da war noch ein Creeper drin. Und wo hast du jetzt reingetan? Was? Hier unten in der Kiste, vor dem Feld. Von dem Feld. Ja, da hab ich voll mein Zeug reingeräumt. Okay. Also auf diesem Weg das herzustellen dauert glaube ich ewig. Wie viele Diamanten haben wir denn? Hm. 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 Ach, bei der Refinerie brauche ich von unten Stroh. Äh, von oben oder von unten? Ich suche mir das an. Wir haben null Diamanten. Ich glaube, ich sollte die nicht verschwenden alle, oder? Nein. Schlechte. Doch. Dieses... Ah. Machst du hier an meiner Kiste. Ah, ist es deine? Ach, nö. Das ist hier nur für... Zeug. Ich brauche eine Holzkiste. Ja, komm. Alles jetzt angucken. Ja, komm. Ähm, Sturi? Ja? Wenn du Hunger hast, läufst du einfach hier in den grünen Block rein. Was? Wenn du Hunger hast, einfach reinlaufen. Dann bist du wieder voll. Was ist das? Das ist das Zeug, was du aus dem Zuckerrohr rauskriegst. Ähm, da musst du acht von den Dinger hinschmeißen. Und wie gesagt, wenn du da reinläufst... Hat jemand Leitern aufgesammelt? Nee, ist es ja mal cool. Wieso sagt uns das keiner? Das war Tau oder war ja... Da gibt's auch noch... Da gibt's auch noch... Muss ich auch noch mal gucken, wie es heißt, ähm... Wo du dein Leben auffrischen kannst. Ist ja cool. Du sollst gerade den Rest der Steine einsammeln, die... Vor allem kriegt man auch einen Laufkraft dadurch, oder? Ja. Warte mal, weil ich jetzt die Axt noch in die Hand nehme. Wuhuu! Wuhuu! Scheiße. Komm, Wettrennen! Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Zack. Einmal wieder rein und weiter. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Also dann könnt ihr es auch im Eimer aufsammeln und auch mit euch rumtragen. Und immer wieder hinschütten, wenn ihrs dann irgendwo braucht. Ja. Wenn wir Hunger haben. Ja. Ja, warte. Du musst Alex noch einholen. Ich krieg dich zuerst. Nein, mein Laufhüftel. So, wir werden weiterlaufen. Geht doch, Nina. Ich hab dich! Hab dich! Hab dich! Hab dich eingeholt. Das gefällt mir. Du hast nur das Holz jetzt hingeschmissen. Ich bin ein Remsagen. Hey, es macht Spaß. So, aber jetzt guck ich mir noch mal ganz schnell. So, wie sieht er auf Drung aus? Hallo, Wanny. Tschüss, Wanny. Also, ich packe jetzt hier in die Kiste, packe ich meine leere Reihen, ja? Ja, genau. Boah, ich kann 100 Meter weit springen. So, vergiss er. Die packe ich wieder. Wieso haben wir denn plötzlich so viele? Ja, weil wir so viele Leute sind. Und jeder bringt immer zwei mit. Ja. Ich hab aber auch beim Questbook war am Anfang die eine Quest, wo man dann noch zwei von den Dingern bekommen hat. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr schnell laufen. Ja, und rein... Der Raum ist jetzt schon mal wuppert. ...kann man auch die Death Quest machen und kriegt wieder ein komplettes Equip. Mit kleinen Kanistern zwar, aber... Ich find das voll geil. Skelette... Die mittleren Oxygen-Kanistern. Dürfen wir? Sag mal, Alex, dürfen wir das jetzt eigentlich zeigen, wenn wir hier so auf Speed sind? Nee. Das müssen wir ab 21 claimen, die Folge. Oh, ja. Ach, das kann ich jetzt den ganzen Tag machen. So, äh... Heute rennen mit Sturi. Das brauche ich jetzt? Oh mein Gott. Jetzt hab ich die Kurve bei der nicht gekriegt. Kannst mal gegen die Wand drin. Das fassen. Ich will das haben und... Anni, da liegt noch was. Das machen wir jetzt gekommen. Da liegt noch was. Weg. Da liegt noch was. Das kann ewig dauern. Mit wem redest du? Egal. Egal gibt's hier nicht. Richtig. Scheiße. Hier ist nur Sturi, Sani, Rasa und ich. Und Taube. Mit denen kannst du reden, aber nicht mit egal. Ach, jetzt lass ich's da reden. Ja, mies. So. Da. Ach, scheiße, du brauchst ja Lübbeldrecks. Ich war's nicht. So, die Mobfarm ist wieder hergestellt. Erstmal. Je, je, dumm. Ihr klaut jemand. Der Wüste und von mir. Ihr klaut jemand ist auch gut. Die Bäume wachsen ja gar nicht. So, jetzt ist Nacht. Da wachsen die Bäume eh nicht, ne? Warum kotzt du mir Holz ins Gesicht? So. Öl-Raffinerie. Ach, du wolltest leer werden, oder was? Nö. Ich will zurück auf die Erde. Ich will ein bisschen klauen. Warum? Der Mond ist ja wundervoll. Wenn der Mond aus Käse wäre, vielleicht. Gibt's sogar. Wo kann man hier was klauen? Scheiße. Irgendwo. Irgendwo. Da, Wanni. Ich bin aber voll mit Essen. Also egal. Wann ist auch viel. Du kriegst mich niemals. 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 Hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Du bist irgendwo hängen geblieben. Hab dich. Ne, ich wollte verhauen. Und bin erst mal mehr als Meilweid in die Luft flogen. Oh Gott. Aua, aua, aua. Jetzt hab ich den Fähig kaputt gemacht. Hab dich. Hab dich. Ich hab dich gekriegt. Ich hab dich gekriegt. Ich hab dich. Hab dich. Oh. Also ich krieg die ganze Zeit zu euch hier. Aua. Entschuldigung, der Kartoffel. Wir sollten. Ey, hört auf auf die Plate rumzuspringen. Anstatt, dass ich Wanni geschauen habe und mich Holzkarte aus der Kiste geholt. Ist auch gut. Nein, ich mein ja auch Schurion. Ich werde die ganze Zeit hochgehauen. Na, Tatmon. Hört mal auf mich zu hauen hier. Ey. Ich hol das Schwert raus. Ich wollte dir mein Schwert sehen. Ich hab auch einen echten Hasen. Ich hab auch ein Schwert. So ist es ja nicht, ne? Ich hab ne Axt. Ich fühl mich hier beängstigt. Ich hab elf Mühe. Vier Frauen um mich herum. Oh je. Aua. Ja, ich. Nicht das zu. Ich hab grad irgendwie, anstatt Köln hat es noch ne Capri-Sonne gelesen. Hör mal auf, ich bin fast tot jetzt. Hör mal auf hier. Ich hab noch Frasser. So, aber auf meiner Uhr steht 1.59 Uhr und 35 Sekunden. Das heißt, wir müssen jetzt aufhören. Weiiiiin. Oh doch. Ja, schaltet auch nächsten Freitag wieder ein, um 23.30 Uhr. Äh, bei mir nächste Woche Freitag nicht. Ich muss mal wieder arbeiten zwischendurch. Und bei mir eventuell schon morgen? Ja, weil Streams kommen auf jeden Fall bis dahin noch bei mir. So. Halt nicht mehr in der Truppe. Alle, alle Klarheiten beseitigt? Nein. Dann schaltet es aber irgendwann wieder ein bei allen Leuten, wo ihr wisst, wo ihr gucken wollt und habt ihr gesehen und wisst ihr nicht. Ja. Gehen wir Loil spielen, oder? Ja. Tschüss. 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 Tschüss.